Oh, dann bin ich mal gespannt, in welcher Form uns unsere Eltern, Verwandten, Freunde, ja Freunde mit gleichem Nachnamen klingt ein bisschen komisch, entgegentreten werden. Ich befürchte, das Schlimmste. Im letzten Part war die Überraschung, also der Kuchen, ja bekanntlich nicht so schön. Überraschung in 3, 2, 1. Überraschung. Ich habe gelogen. Oh. Überraschung. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Meine Eltern haben mich ganz doll lieb. Gut, ähm, wir haben da hinten einen Laser. Wir haben da ein Tableau. Gehen wir erstmal runter. Hallo. Gut, was können wir machen? Wir können uns höchstens von Deckung zu Deckung kämpfen. Wir brauchen auf jeden Fall überall den Laser. Und den Laser kriegen wir nur, wenn wir einen Umlenkwürfel haben. Und Lenkwürfel kriegen wir wahrscheinlich da. Äh, angesteuert wird das, wodurch? Hallo? Ich denke mal da hinten. Ich sprente durch. Boah, das war knapp. Das war knapp. Oh, was? Also, das sind nur Dingspunks. Okay, den kriege ich hier aber auch nicht runtergeschossen. Wohin fliegt der Ball? Oh. Das war wohl nix. Ähm. Ja. Das wäre fast ins Auge gegangen. Ähm. Nein. Hier ist keiner. Oh, ey. Das Rätsel. Also, ich muss hier irgendwie davon abhalten, sich gegenseitig zu treffen. Auf der Flughöhe. Circa. Aber da kriege ich keine Wand. Ja, wenn man nachdenken würde, ne? So. Das muss ja nicht unbedingt in der Mitte sein. Oh, ich hab sogar beide. Geil. Hallo? Da. Da. Lass mich, lass mich. Boah. Mal warten, bis er sich wieder abgeschaltet hat. Na? Bist fertig? Gut. Boah. Das war wieder relativ knapp. Kann ich den damit weglasern? Wahrscheinlich eher weniger. Obwohl. Geil. Geil. Wer ist der Pro? German Let's Play ist der Pro. Ähm. Gut. Wo ist der zweite Ball? Ich hätte auch zwei. Kriege ich den zweiten jetzt nicht. Oh, Mann. Ach. Hä? Wieso liegt der denn hier? Ich hab doch nicht beide geholt. Naja. Ich sag da nichts zu, ne? Lieber Programmierer. Ähm. Ja. Wie ist der Plan? Der Plan sieht so aus. Dass ich jetzt erstmal... Warum nehme ich mich nicht gleich von hier aus da lang? Ich bin doch auch wieder intelligent heute. So, das sind die beiden. Und der macht dann den Laser da lang. Jetzt hab ich die Folgenüberschrift. Das ist von Laser leider schon verwendet. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Mama? Papa? Die Eltern, die sie anrufen möchten, lieben sie nicht. Legen sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Ja. Äh. Was wollte ich denn hier gerade sagen? Den Namen Volllaser habe ich leider schon verwendet. Ich würde ja auf diese Folge ganz gut passen. Oder auf... Ja, auf die jetzt hier. Wo das jetzt gerade passiert. Ohne Ladebelch hier meinen Fahrstuhl runterzufahren. Wie, wie geht's? Ich hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein, darum... Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Park. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du? Halte durch. Noch fünf Kammern. Noch fünf Kammern bis was? Das ist die Frage. Vielleicht gibt's dann Kuchen? Ich mag Kuchen. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Äh, ja. Ich glaub auch, Schatz. Äh, da unten haben wir einen Würfel. Da hinten haben wir wieder 400 Tauten Roboter. Hier oben haben wir einen Lupsi. Hier macht mich fertig. Ähm. Dann holen wir uns erstmal den Würfel. Gut. Das ist der Würfel. Ich muss da oben hin. Auch machbar noch. Alles noch machbar. Da kann ich dann ein Leben mit antreiben. Da kann ich dann ein Leben mit antreiben. Toll, treiben gesagt. Gut. Dann kann ich gleich da oben mal die Roboter weg mit Matzen. Äh. Wo hab ich denn noch einen Laser? Hier hab ich da oben. Hier hab ich einen Antrieb. Hier hab ich ne Sprungchance. Also damit könnte ich mich da oben überschleudern. Aber das hilft mir nicht viel, ne? Hilft mir das was? Ich will mich ja noch nicht katapultieren, oder? Oder will ich schon? Ich kann einfach mal versuchen. So. Den brauche ich wahrscheinlich, damit ich überhaupt... Äh. Komm ja nicht mal raus. Das ist ja nett. Okay. Bedeutet... Da und dann. Okay. Okay. Das hilft mir jetzt alles noch nicht so wirklich. Äh. Ach, ich könnte natürlich einfach jetzt den Sprung benutzen, ne? Huiiii. Au. Ja, das hat mir jetzt alles nicht wirklich was gebracht. Ich brauche jetzt erstmal einen Laser zum Antrieb. Von dem. Von dem da oben. Und den Laser geh ich woher? Was ist denn da überhaupt? Habe ich da oben? Ja. Lass mich doch mal... Ach. Ich denke mal, viel zu kompliziert. So. Jetzt. Da durch. Huiiii. Ah, hier ist gar nichts. Hier, ey. Gar nichts. Ach. Von hier aus kann ich aber den Laser weiter benutzen. So, lass uns mal springen gehen. Huiiii. Achso. Ups. Wo ist mein Würfel? Würfel, komm zurück! Würfel? Äh, wie viel? Wo ist mein Würfel denn? Kann mir das jemand sagen? Ach, klar. Okay. Was haben wir jetzt vor? Wir wollen da oben hin. Bedeutet, wir müssen uns da drüberschleudern. Sie weisen den Würfel da drüberschleudern. Wer jetzt von der zweiten fliegt, ist ja egal. Äh, so. Gut. Jetzt noch. Ich hinterher. Yay. Das ist jetzt schon wieder, äh, ein Rätsel-Level der besonders heftigen Art. Oh, da habe ich jetzt gerade ein bisschen. Äh, überhaupt nicht. So sollte ich doch. Aber was bewegt der überhaupt? Das weiß ich jetzt gerade noch gar nicht. Jetzt brauche ich erstmal da oben, den Würfel. Und den kriege ich wie? Hier bin ich wieder beim Start. Der Start hilft mir gar nichts, da ranzukommen. Aber ich kann mich darauf hochschleudern. Das geht. Das geht. Das geht. Quatsch. So. Und dann. So. Und auch. Würfel, komm zurück. Ich rette dich. Äh. Aber ich komme natürlich nicht rüber. Der Würfel kommt rüber, aber ich nicht. Das ist ja klar. Typisch. Jetzt aber. Ja, ich gehe ja schon. Äh, erstmal die Platte machen. Peng, 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 peng. Und der. Ah, okay. Okay, okay. Okay, okay. Boah, ich wäre fast am Laser gelandet. Das wäre blöd gelaufen. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Für mich? Für mich, oder? Boah, du hast mich doch lieb. Sag mir, dass du mich lieb hast. Ich be覆mmTION, weil du auf sieiryach interneunde이�t. Und so 가 ich mir immer wiederum.